Medizinisches Prüfungswissen in fünf Minuten. Und alle, die beim letzten Videoclip beim Thema Depression dabei waren, haben meinen glorreichen Erfolg mit angesehen. Ich habe es geschafft, unter fünf Minuten zu bleiben. Ich bin also auch heute wieder hochmotiviert und gebe wieder Gas. Das heutige Video ist eine Fortsetzung der Serie Affektive Störungen. In diesem geben wir heute einen Überblick über die Antidepressiva, die Hauptgruppe der zur Depressionstherapie eingesetzten Psychopharmaka. Ein Hammerthema. Aber ich bin motiviert. Sie hoffentlich auch. Und ich sage, die Uhr läuft. Starten wir mit einer Besonderheit. Antidepressiva wirken nicht sofort. Ein Effekt kann sich bei passendem Präparat innerhalb der ersten Woche zwar ankündigen, die volle Wirkung stellt sich aber erst nach ein bis drei Wochen ein. Zentral für den Einsatz von Antidepressiva ist die Vorstellung, dass ein Mangel von monoaminergen Transmittern, das sind vor allem Serotonin und Noradrenalin für die Entstehung der Depression bedeutsam ist. Denn Antidepressiva bewirken eine Erhöhung der Konzentration eben dieser Transmitter. Dies bewerkstelligen sie vor allem durch eine Hemmung der Wiederaufnahme. Das heißt, sie verhindern, dass der freigesetzte Transmitter nach getaner Arbeit aus dem synaptischen Spalt wieder in die ihn ausschüttende Nervenzelle zurückgeholt wird. Was normalerweise im Sinne eines Recyclings geschieht. Die Bezeichnung wie der Aufnahme Hämmer rührt genau daher. Aber die reine Monoamin-Mangelhypothese gilt heute als überholt. Das Geschehen ist komplexer und umfasst zahlreiche Funktionsebenen. Denn schon eine Stunde nach Gabe eines Antidepressivums ist der Transmitteranstieg messbar. Die antidepressive Wirkung folgt aber erst ein bis drei Wochen später. Es sind wohl nachgeschaltete molekulare Prozesse, die für die antidepressive Wirkung verantwortlich sind. So kommt es unter anderem zu einer verstärkten Aktivierung des Nervenwachstumsfaktors BDNF, der für Neubildung und Erhaltung von Nervenzellen und Synapsen verantwortlich ist. Das Gehirn wird also plastischer. Der medikamentös induzierte Serotonin- oder Transmitteranstieg scheint demnach einen adäquaten Reiz darzustellen, um die funktionellen Kaskaden erst anzustoßen und dann den BDNF-Spiegel hochzufahren. Antidepressiva können in fünf Wirkklassen eingeteilt werden. Erstens selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRI. Zweitens Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, SNRI. Diese beiden werden heute am häufigsten eingesetzt. Sie sind nebenwirkungsärmer als die älteren Präparate. Leider sind sie aber nicht wirklich wirksamer als diese älteren Wirkstoffe. Beispiele für SSRI und SNRI erscheinen wieder neben mir. Gruppe 3, Tri- und Tetrazyklika. Als ältere Antidepressiva hemmen sie die Wiederaufnahme von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Ihr Einsatz erfolgt vor allem, wenn die SSRI unwirksam waren und vorwiegend bei Depressionen, die mit starken Schlafstörungen einhergehen. Die Gruppe 4, die Mao-Hemmer, werden aufgrund ihrer starken Wechselwirkung mit anderen Medikamenten vor allem als Option bei sonstiger Therapieresistenz eingesetzt. Fünftens die Atypika. Diese Gruppe umfasst sehr unterschiedliche, aber allesamt antidepressiv wirkende Präparate. Sie lassen sich den anderen Gruppen nicht zuordnen und werden alternativ, ergänzend oder bei Therapieresistenz eingesetzt. Beispiele finden Sie wo? Neben mir. Doch Vorsicht! Unverarbeitete Traumata, Bindungsstörungen, alte wie aktuelle Konflikte werden durch Antidepressiva nicht beseitigt. Jedoch kann es bei gutem Ansprechen zur Linderung oder einem Abklingen der Antriebs-, Hoffnungs- und Folglosigkeit kommen. Die bestehenden Probleme erscheinen dadurch eher bewältigbar und die Handlungsfähigkeit kann erweitert werden. Antidepressiva machen nicht süchtig. Sie sind keine Aufputsch- und Beruhigungsmittel, machen nicht high. Jedoch, während viele Menschen nur wenige oder nur in den ersten Tagen leichte Nebenwirkungen verspüren, leiden andere unter Nebenwirkungen, die auf Dauer nicht akzeptabel sind. Beispiele? Sie wissen schon wo. Neben mir wieder. Da die Antidepressiva unterschiedlich wirken und unterschiedliche Nebenwirkungen zeigen, kann ein Präparatewechsel bei Nichtwirksamkeit oder bei starken Nebenwirkungen hilfreich sein. Um einen Rückfall zu vermeiden, sollten die Antidepressiva auch nach Abklingen der Symptome für circa sechs Monate weiter eingenommen werden. Das Absetzen sollte im Sinne eines Ausschleichens erfolgen, um Absetzphänomene zu vermeiden. Ist die Depression sehr schwer und mehren sich die Episoden, dann kann auch eine längerfristige Einnahme sehr wohl sinnvoll sein. Der Effekt der Antidepressiva zeigt sich vor allem bei schweren depressiven Episoden. Weniger überzeugend zeigt sich ihre Wirkung bei leichteren Episoden. Das heißt, Antidepressiva werden nicht zur Erstbehandlung leichter depressiver Episoden empfohlen. Dies steht zum Teil im Widerspruch zur Verschreibungspraxis im klinischen Alltag. Also noch einmal zusammengefasst. Ab einer gewissen Stärke und Dauer der depressiven Symptomatik stellen Antidepressiva eine sinnvolle Therapieoption dar. Sind jedoch keine Wundermittel, sondern haben auch ihre Schattenseiten. Nebenwirkungen bis hin zu sexuellen Problemen, die bei Männern auch nach dem Absetzen persistieren können. Ferner vor allem zu Beginn ein möglicher Anstieg der Suizidrisikos, Absetzerscheinungen und eine nach dem Absetzen zum Teil höhere Rückfallquote als nach Psychotherapie. Das alles gilt es ernst zu nehmen. Der Mensch, so der Abschluss, der Mensch stellt mit seinem Gehirn ein komplexes biopsychosoziales System dar. Entsprechend spiegeln sich auch bei den Depressionen vielfältige biopsychosoziale Manifestationen eines gelebten, nicht selten auch bitteren Lebens wieder. Das verlangt nach einer mehrdimensionalen Herangehensweise, um möglichst vielen Ebenen menschlichen Seins und Werdens gerecht zu werden. Alles Wichtige ist gesagt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017